Was findest du gefährlicher? Alkohol oder Cannabis? Ich finde, beides sollte mit Vorsicht konsumiert werden. Beides sind Drogen. Alkohol, bloß die gesellschaftlich anerkannte Droge in Deutschland. Das Feierabendbier ist für viele Deutsche normal. Und ich frage mich, wie es mit dem Feierabend-Joint aussehen wird, wenn die Legalisierung durch ist. Während viel über die Gefahren von Cannabis gesprochen wird, sollte auch berücksichtigt werden, wie gefährlich der Alkoholkonsum ist. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Mittwoch, den 6. März. Ich bin Tilman Wrede und habe euch folgende Themen mitgebracht. Ernährungsdoktor klärt auf. Vegan und vegetarisch. Wirklich so gesund, wie viele denken? Was kann ich tun, wenn es mit dem Schlafen nicht klappt? Und wer klaut die Ortsschilder im Kreis Pinneberg? Aber jetzt schauen wir erstmal auf unseren Schwerpunkt. Heute im Fokus. Mit der Teillegalisierung von Cannabis soll auch ein neuer THC-Grenzwert für die Teilnahme am Straßenverkehr beschlossen werden. Lara Schmidt aus der Hamburg-Redaktion hat sich mit Stefan Tönnis darüber unterhalten. Er ist Vorsitzender der Grenzwert-Kommission und steht einer Expertenrunde des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr beratend zur Seite. Bei Alkohol am Steuer gilt die 0,5-Promille-Grenze. Lara, was für einen Vorschlag hat Tönnis denn für einen Grenzwert bei Cannabiskonsum? Bislang gilt ein Grenzwert von 1,0 Nanogramm pro Milliliter und Stefan Tönnis schlägt jetzt vor, den auf 3,5 Nanogramm pro Milliliter zu erhöhen. Und er versucht damit, einen Kompromiss zu finden zwischen Verkehrssicherheit auf der einen Seite und fernen Sanktionen für Cannabiskonsumenten auf der anderen Seite, nachdem jetzt die Cannabis-Teil legalisiert wurde. Und vor allem betont er aber, dass der THC-Grenzwert eine politische Entscheidung ist. Also er sagt, dass die wissenschaftlichen Studien, die es dazu gibt, nicht eindeutig sind und dass deshalb eben ein Kompromiss gefunden werden muss und dass das ein politischer Grenzwert am Ende sein wird. Tönnis plädiert ebenfalls dafür, über eine Null-Toleranz bei Alkohol zu diskutieren. Er sagt auch, dass man nach Cannabiskonsum nicht am Straßenverkehr teilnehmen dürfe. Für ihn liegt ein Unterschied jedoch in der Nachweisbarkeit. Der Abbau von Alkohol geht schneller und sei nicht so lange nachweisbar. Wenn man aber jeden Abend einen Joint raucht, habe man am nächsten Morgen immer noch THC im Blut, sei dann aber nicht mehr unbedingt berauscht oder beeinträchtigt. Lara, was sagt denn der Experte generell zu der Frage, ob Alkohol oder Cannabis die größere Gefahr ist? Für Tönnis ist ziemlich klar, dass Alkohol die größere Gefahr im Straßenverkehr ist gegenüber Cannabis. Aber, und das ist wichtig, dass auch nur solange nicht zeitnah zum Fahren konsumiert wurde. Laut Tönnis ist quasi die größte Gefahr, dass Alkohol anders wirkt in seinem Rausch. Das heißt, Alkohol ist eher enthemmend und Risikosteigern und Menschen sind dadurch weniger vorsichtig unterwegs. Und beim Cannabis sind Menschen eher langsamer unterwegs, was natürlich auch eine Gefahr für sich ist, weil Konsumenten dann weniger schnell reagieren können in Ernstfällen. Das war Lara Schmidt aus der Hamburg-Redaktion. Ist Pizza wirklich so eine Sünde? Wie nehme ich richtig ab? Und was bringen Proteinshakes? In unserer sechsteiligen Serie mit Ernährungsdoktor Matthias Riedl nimmt meine Kollegin Anna Goldbach Foodtrends unter die Lupe. Heute vegane und vegetarische Ernährung. Anna, ist das wirklich so gesund, wie viele denken? Also erstmal ja, mit einem kleinen Aber. Eine vegane Ernährung ist laut Matthias Riedl nicht artgerecht, weil Veganer eben doch oft Supplemente nehmen müssen, um die Nährstoffe aufzunehmen, die ihnen eben fehlen, weil sie auf tierische Produkte verzichten. Und wo liegen die Vor- und Nachteile einer pflanzenbasierten, also vegetarischen oder veganen Ernährung? Die Vorteile liegen laut Riedl ganz klar darin, dass sie eine pflanzenbasierte Ernährung erstmal gegen nahezu alle Zivilisationskrankheiten von Depressionen über Fettleibigkeit, über Fettleber bis hin zu Rheuma helfen können. Der Nachteil ist, wie eben schon angesprochen, dass eine rein vegane Ernährung eben dann doch zu Mängeln führen kann. Und von daher wäre optimal, wenn man flexitarisch sich ernährt, pesketarisch oder eben vegetarisch und halt wirklich darauf achtet, dass ich ab und zu mal tierische Produkte zu mir nehme, aber eben auch in Maßen. Ich kaufe relativ wenig Fleisch ein, esse aber sehr oft Fleisch, wenn ich zum Essen irgendwo hingehe. Zu Hause mag ich auch die veganen Wurstscheiben auf dem Brot. Was der Ernährungsdoktor von diesen Ersatzprodukten hält, lest ihr auf srz.de. Und gehört habt ihr Anna Goldbach aus Pinneberg. Mein Kollege Dirk Jennert hat mir letztens etwas erzählt, was ich ziemlich spannend finde und perfekt zu diesem Thema passt. Herr Jennert, erzählen Sie mir doch nochmal von Ihrem vergangenen Monat. Ich habe mich jetzt tatsächlich mal vier Wochen weitgehend vegan ernährt und ich bin erstaunt darüber, erst einmal wie lecker die Sachen sind. Aber was mich besonders begeistert hat, außer dass es alles ziemlich gut schmeckt, ich fühle mich auch besser. Also ich fühle mich fitter, ich kann besser schlafen und natürlich könnte man jetzt denken, da ist auch viel Placebo-Effekt drunter, aber man kann auch tatsächlich feststellen, dass der Blutdruck innerhalb weniger Wochen gesunken ist, ohne dass ich sonst irgendetwas getan hätte. Und das nimmt mich jetzt wirklich für die vegane Ernährung ein. Wobei ich auch sagen muss, militant werde ich da nicht. Ab und zu, wenn ein tolles Steak auf dem Teller liegt, würde ich das auch essen, aber eben deutlich weniger als vorher. Dankeschön. Ich war schon etwas überrascht, dass sein Schlaf davon profitiert hat. Der Schlafmediziner Dr. Christian Dix aus dem Schlaflabor des Reha-Zentrums im Naturpark Aukrug hat noch weitere Tipps auf Lager für einen guten Schlaf. Wenn Menschen schlafen, sei das ein Systemneustart für den Körper. Organe, Knochen, Muskeln, sie regenerieren sich und das Gehirn bringt quasi den Müll raus. Er empfiehlt Menschen mit Schlafstörungen, möglichst zur selben Zeit schlafen zu gehen und wieder aufzustehen, auch am Wochenende. Wichtig sei, Grübeln und Stress gehören nicht ins Bett, unterstreicht Dix. Wer nicht einschlafen kann, soll wieder aufstehen und andere Dinge machen. Zum Beispiel die Gedanken, die einen wachhalten, in Stichworten auf einen Zettel schreiben. Darum könne man sich auch am nächsten Tag noch kümmern, sagt der Schlafexperte. Weitere News aus Schleswig-Holstein Die Zahl der Insolvenzen in Schleswig-Holstein ist im Jahr 2023 um etwa ein Drittel gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr gingen bei den zuständigen Amtsgerichten im Land 156 Anträge mehr ein. Insgesamt konnten 685 Betriebe ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen. Für Nils Thoralf-Jagg, Finanzexperte der IHK Schleswig-Holstein, ist das aber nicht so schlimm, wie es auf den ersten Blick scheint. Er sagt, angesichts des sehr herausfordernden Marktumfeldes können wir das eher schon als eine gute Nachricht werten. Ohne die gezahlten Corona-Zuschüsse würden wir heute schon ganz andere Insolvenzzahlen sehen. Im Kreis Pinneberg verschwinden Ortsschilder. In den vergangenen Wochen wurden zwei Ortsschilder in Appen geklaut und nicht nur da. Auch in Moorrege, Haselau, Wedel und Bilsen wurden die Schilder entwendet. Die Polizei bittet inzwischen sogar Anwohner um Mithilfe. Hat jemand gesehen, wer im Kreis Pinneberg Ortsschilder klaut? Was vielleicht ein Gag oder eine Mutprobe ist, hat auch ernste Folgen. Damit geht nämlich auch die Tempobegrenzung auf 50 kmh in geschlossener Ortschaft verloren. Und eine Ortstafel ohne neuen Rahmen kostet rund 70 Euro. Mit Kosten für den Verwaltungsaufwand und die Montage kostet es rund 200 Euro pro Ortstafel. Für die Täter droht eine Geldstrafe und Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren. Die Altenpflege in Deutschland leidet unter dem Fachkräftemangel. Werden es in Zukunft Maschinen sein, die das Personal entlasten oder sogar ersetzen? In einem Lübecker Pflegeheim ist seit einiger Zeit Roboter Charlie im Einsatz. Charlie singt mit den Senioren, sie rätseln zusammen und machen Bewegungsübungen. In der Gruppe kommt der Roboter gut an. Ingeburg Lasa sagt zum Beispiel, der ist doch eine tolle Abwechslung im drögen Alltag. Fügt aber hinzu, pflegen lassen will ich mich von dem Heini nicht. Gruppenteilnehmerin Inge Zügler ist ebenfalls begeistert. Zitat, wenn Charlie da ist, vergessen wir unsere Krankheiten. Auf srz.de und auf unserem Instagram-Kanal findet ihr auch ein Video dazu. Schaut es euch mal an, es ist echt goldig, wie meine Oma sagen würde. Ausblick Premiere auf Föhr. Erstmals findet ein Heavy-Metal-Festival auf der Insel statt. Am 4. Mai in Uttersum. Das Festival ist gleichzeitig ein Metal-Battle. Das norddeutsche Halbfinale des Bandwettbewerbs des Wacken Open Airs. Das war's für heute. Die nächste Folge hört ihr am Donnerstag, den 7. März, um 5.30 Uhr. Alle Themen wie immer auf srz.de zum Nachlesen und kostenlos anhören. Geht dafür einfach auf srz.de slash News Podcast. Und übrigens, habt ihr schon unseren WhatsApp-Kanal abonniert? Den Link dazu packe ich euch auch nochmal in die Beschreibung. Habt einen guten Start in den Tag.